ARD Text im Auftrag von Funk 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 Links an, wie hätt ich das? Es war nur so ein Auge so Der X2-Skill von dem ist geil Der packt so Schnurra raus und Peipst den Gegner damit Das ist seiner Arschach Was ist denn das für eins? Von Arukenimon, die Mega Dokunemon, dann Arukenimon Geht's oder? Nene, Dokunemon, dann hast du Okuwamon oder so Und dann kommt Arukenimon Was? Nein Erst kommt dieser hässliche Insekt Genau Dieser kleine wie Wormon Ja, ja, das ist Dokunemon Ja, und dann kommt diese Spinne Genau Okuwamon heißt die Spinne? Wie heißt die? Okuwamon oder so Warte, ich schau einfach nach Oder Dokuwamon oder so Arschlöpfer, ist egal, einfach Arschlöpfer Ok, das erste heißt Dokugumon Und falsch geschrieben, eigentlich heißt es irgendwie anders Dokunemon eigentlich Ja, dann kommt angeblich Archnemon Arachnemon, genau Ja, und dann kommt Parasimon Sollen wir weiter? Wir kriegen kaum noch XP raus Ja, ich bin eigentlich nur hier, damit Moose uns findet Ja, ihr müsst erstmal bleiben Der ist doch hier Lol, never Ey, 24 schaffst du locker hier drüben Ehrlich, geh mal rüber, Alter Komm, lass einen weitergehen Ja, du schaffst die locker Na warte doch kurz, lass mir noch 25, damit ich meinen Mega hab Komm Mega, Mega geht schon Mega geht schon Warte doch! Lass, lass bis Mega hier bleiben, Level 21 Guck mal, mein Moose läuft mit mir Wenn du wartest, bekommst du ins Ziel Komm her Moose, komm Backfisch Was hast du denn deine Hand im Paysafe Card? Was hast du denn deine Hand im Paysafe Card? Wo haben wir denn her? Ich dachte, wir sind Freunde, Jungs Hast du Freunde? Das ist ne Arbeitsgemeinschaft Ich dachte, ich hab Freunde Wer kriegt ein Euro im Monat und soll zufrieden sein? JK, lol, der will euch als Freunde LOL Just a JK, Dude, chill Du bist auch so ein JB, Alter Oh Leute Mega Dramon Wir gehen Digimon fahren, ne? Ja, Alter Wie geil das Digimon ausschaut, wie heißt denn das Ding? Das Ding heißt Was? Mega Dramon Lass mal Channel 0, bitte Ist zur Folie Ich hoffe mal, dass ich hier Salamon schlachten kann Ja, kannst du Nee, gar nicht wahr, die sind Vakine Und ich bin Virus Für Virus Game Kannst du trotzdem machen Dauert halt ein bisschen Ich muss nämlich Salamons bekommen Wenn ihr Salamon-Eier bekommt, ja Abdrücken bitte Ich hab ein Salamon von Fünfeck, aber Kann ich leider nicht trainen Ich will Kiwimon haben K-k-k-k-Kiwimon Ja, wenn wir gleich in der Stadt sind Gebe ich dir das Ding und meine Plant Data Wenn du willst Kostet aber Devil Seals Davies? Davies Ich möchte ein Baby von dir Die Devisen musst du ihm vorlesen Die Megadramon sein F1 macht schon gut Schau, Mann Megadramon ist mega cool Weil der ein Mega im Namen hat Ich bin immer noch enttäuscht Dass ich meinen mal gelöscht habe Du hattest den doch auf 65 schon, oder? Nee, ich hatte nur die Mega Aber der war einfach nur geil Der Name war auch perfekt Ich hatte meinen Kiwimon 126% Das war mein größtes Kiwimon Kostgrößt Mein größtes ist immer noch mein Lob, Mann 127 Ich bin auch mittlerweile in der Wertung drin Ich bin auf Platz 114 Genau Mein dickstes Digimon ist auch Goblin, Mann Hat einfach mal so 1000 Fuß gepresst Mein größtes bei mir ist 128 Dingens Darkness Dexorugamon Ich hab so viele 128 Geilig die Technik machen Hab ich auch grad dran gedacht So scheiße auf die Größe Die Technik macht Das sagen aber immer nur die Leute Mit nem kleinen Schwanz Mit Schnibbel Ach ja Blow someone Blow someone Ich hätte so gerne Lass mich grad auf, ey Sollst du mal gleich Musik in den Bayern machen, lol Seitdem wir Digimon zocken ohne Musik Ja, jetzt weißt du wie es mir immer geht Mhm Boah, du zu sein muss echt scheiße sein, Mann Boah, ja Extremst kacke, ey Oh, neufall Oh, ohne Spaß noch kein Salomon-Ei Ja, um 15 Uhr kam die, ne? Ich liebe Bloodborne Jo Guckst du auch bei Beatsmeet wieder, oder? Ja, normal Ja, Musa, ich sag dir am Dienstag, wie das Game so ist Ey, ich guck kaum noch Beatsmeet mehr Nur noch hier Minecraft von denen Ah, ne, ich guck durchgehend Peatsmeet Boah, er sieht so mächtig aus mit so einem Schwertangriff, ey Ich schau auf das Ding nur Ich, eh Hammer, ey Ich zock Dark Souls 2 und schau nebenbei noch den XP von denen nochmal lang Jo Weißt du, wie du mit so ner Wucht wieder auf die Dinger einschlägst hier, ne? Hab ich auch gemacht Durch Backfischern Oh, dead, dead Sehr gut So nice Der 30 für 720, das ist voll nett, man Booster Dark Souls 2 ist aber einfacher als Teil 1, ne? Find ich Hab ich auch schon gehört Das einzige, was schwer an Dark Souls 2 ist, dass diese dreifach Boss das war Jo Der Rest ist einfach easy Wenn ich überlege, wie lange ich bei diesem, wie hießen die, äh, Gorm und... Gorm? Nein, Gorm ist jetzt, äh, die beiden da Smoke und... Ja, der Fette und der, und der, und der Schnelle oder was? Ja, boah, Alter, das hat gedauert, ey Ey, bestimmt 20 Stunden Smoke und Ornstein oder so Ornstein, Ornstein Ja, Ornstein Wir haben so Ewigkeiten bei denen gebraucht, ne? War es nicht so, dass du, äh, dass du irgendwie, du musstest, äh, um die Fette Rüstung, musstest du den letzten, äh, den, den Dünn zuletzt killen Genau Ja, das ist schon Weißt du, und ich glaube sogar, dass es irgendwie so war, dass einer, äh, vielleicht, dass der eine Weg sogar leichter ist Ja, der Fettsack, den Dünn zuerst killen war leichter Genau, weil dann hat der Fettsack nur Blitzdingens Der kriegt ja die Blitzfähigkeit dann von, äh, äh, von Ornstein Mhm Aber der Ornstein als letzter, der war echt nicht Der ist so schnell, ne? Alter, das ist so abfuckt Klasse den Aber, ein Boss, muss ich sagen, finde ich bei Dachshund zwei schwerer, als irgendein anderer Boss Ich krieg den Ding nicht klein Den, ähm, Feuerdämon, der die ganze Zeit brennt Ja, das war das andere, so ein kleiner Dämon, der geht schon Ja, mit den Wasserdämon und Rollen, damit du weniger Feuerstamm bekommst, oder nicht? Nein, nein, äh, du meinst den, der, ähm, ach, fuck, wo war denn das nochmal? Der sagt, Schwert in seinem Bauch steckt, bei, bei Feuerdämon Feuerdämon Eisenschloss Äh, wo der unten in dieser, in dem Lava steht, oder was? Meinst du den? Der so voll hässlich ist Ich mein den, der eine Rüstung kriegt und sich... ...